Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Day Z Plus Season 4. Wir sind gerade in Sterey the War. Genau, Sterey. Nicht Novi. Sandro hat den Reifen, um das Fahrzeug zu reparieren. Wo hast du die Cherrikan gefunden? Wo? In der grauen Halle. Okay, die Scheine kannst du holen. Welche Scheine? Die graue. Die lange, okay. Die lange. Das Zombie habe ich sowieso angelockt, also. Okay, ich wollte nur schießen. Du darfst nicht schießen. Nicht mit der AK hier. Ich muss aber... Abhängen. Ist das zauberbar? Wieso sagst du nicht, dass hier schon welche in der Scheune drin sind? Weiß ich nicht. Da sind Fossile in der Scheune. Okay. Technisch anspruchsvoll, ohne zu schießen, hier durchzukommen. Das wird schwer. Ja, hinten. Das will ich rein. Ja, da sind aber schon Zombies von der anderen Seite gekommen. Wo ist eine Cherrikan? Ich sehe keine. Ah, da. Da ist vorne. Ah, hier. Wie viel Platz habe ich? Wie viele Slots nimmt so eine? Schnell. Vier, oder? Ne, drei. Glaube ich. Na toll. Nimm sie auf, du Sackgesicht. Beim Heli kann man nicht geschlagen werden, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne sie beim Bell. Ich lenk mal alle Freunde hier ab. Hey, ihr Bitches. Na komm. Ja. Der Sindre redet schon wieder mit mir. Mit dir speziell, oder? Keine Ahnung. Also ich kann mithören. Ich bin im Global Chat. So, ich habe ein paar Fucker über das rote Haus abgehängt. Ich bin rote Halle hinten raus. Psylo hat eine AS50 und ein Ghillie Sioux. Alter, wie weit die einen hören können. Die Tür auf. Wovon, wo kommst du? Wo bist du? Ich bin hinter den Zölten, im Wald, oben. Äh, nördlich von der Roten Halle. Hallo? Ich bin hier auf zum Wald hoch, weil ich befallen muss. Ich habe da gerade jemanden rumrennen sehen, ich wollte nicht sagen, wie. Ja. Okay, okay, Gott sei Dank. Aber ich habe mich nicht geschissen, ohne die Zombie raufzukommen. Oh, geh, 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 kannst du mal in einem anderen Chat reden hier, mal in die Fresse. Ich komme auch zum Wald hoch, ich habe das Fleisch dabei, alles im Rucksack. Nur für dich. Ich kriege so Hütze, ich bin nicht geschissen. Hm, ich drehe schon mal eine Stunde. Wo rennst du denn, wo rennst du? Jetzt rennst du unten an den Zelten entlang, stimmt's? Ja, bei den Büschen. Ja, genau. Gut, die Ping, mach ich was. Was zum Reparieren? Ich bin hier oben von dir. Siehst du mich? Ja. Ich habe die gekocht in den Dall-Rucksack. Ja. Wald rein, Wald rein. Definiere Wald, definiere Wald. Ja, hier so. Hier, beim Busch. Ja, du musst Feuerholz hauen, ich habe keinen Headjet. So, was ich erstmal mache, ist hier die Cherrycan in meinen Rucksack schieben. Not enough. Du kannst du mir was zu stecken, Michael. Open Alex Pack. Ah, Lisa Pack. Du, was kriegst du denn du? So eine leere Wasserflasche kriegst du. War da mit viel Bock. Alter, da sind drin, der Fortschritt mal kurz. Hörst du den, ey, wieso hörst du den? Wie kann man den muten? Was, ich kann Sandback, S-Mann, Camonet, Roadfence, Deerstand und ein Scaffolding. Was für ein Ding? Ja. Ein Deerstand, du kannst ein Deerstand bauen, haben wir nice. Ja, mit dem Feuerholz-Ding. Mit der Axt. Nein, mit dem Feuerholz. Wenn ich den Schaden rechts drauf, dann... Hast du Box of Matches? Ja. Bitte, mach Fleisch. Ja, mach ich. Was bist denn du? Ich bin neben dir. Alter. Wechsel. So, ich mach jetzt fünf. Ich koch jetzt fünf. So, für dich. Ich steckst dir jetzt in den Rucksack, warte. Nein, ich hab keinen Rucksack. Ich steckst dir jetzt in meinen Rucksack. Hör doch mal zu. Bist du wieder da bei mir. So. Fünf sind schon drin, kannst alle essen. Vier werden jetzt noch gekocht. Macht das was an deinem Leben, oder? Das jetzt doch nicht. Hier hab ich ja schon mal zwei Essen. Ja, sind noch sieben drin. Toll. Soll ich das Feuer ausmachen? Ja, mit schuldig, geh doch schon. Ja, ich hab alle. Soll ich ein paar drin lassen? Ja. Lass ich drin. Ähm, wie geht's dein Leben? Hast du mir ein bisschen Farbe? Ich hab dich mal angezeigt. Ja, Farbe habe ich jetzt in den Ölstamm. Achso, du hast wieder leicht Farbe, okay? Eigentlich Vollfarbe, aber... Okay. Wie konnte ich mal das umstellen? Ähm, Game Controls? Nee. Options. Video. Game Options. Game Options. Game Options. Und dann... Das gibt's aber nicht mehr. Der wird schon passen, oder? Was ist ein Blothai? Ich hab... Warte, ich rufe ein bisschen. Jetzt so. Ja, es ist so orange. Mehr zu grün. Alles klar, es passt schon, es passt schon. Ja, also ich hab jetzt noch in meinem Rucksack... Was für Fleisch hab ich denn jetzt noch? Zwei. Vier hab ich drin gelassen. Es sind noch zwei dran. Ich hab auch vier drin gelassen. So, Chief reparieren, heute noch. Ja. Ich mach gar nichts. Wo parken wir den, den? Den, den. Den, den? Den, den, ja, genau. Den, den kann man auch sagen, ist aber grammatikalisch falsch. Geh mal links rum. Dann hopper. Der Rest sind zwei Zornways. Da ist ein Loch im Zaun. Ah, das ist aber nicht ganz komplett. Hier ist ein... Hm, lecker. Voll über die Leichen. Ah, Dreck, Dreck. Alter, wie weit ihr einen hören könnt? Soll ich's denn ablenken? Ja, ich lenke mal ab. Da kommen mir ein paar mehr. Alter, die sind gleich erst wieder gespawren. Wirst mir verarschen. Wie schnell ist denn das fucking Zombie? Das gibt's doch nicht. Nein. Was ist? Was ist denn? Ah. Wie schlau sind denn die Zombies jetzt? Das gibt's doch nicht. Na, komm, reparier. Schneller, 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 schneller. Alter, ist... Maa! Ah. 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 Lass die Zombies an. Was, das reparieren? Die Zombies an. Ja, steht. Ja. Das Geräusch. Ah, okay. Was ist das denn für ein Fuck? Blut ist wieder... Hallo. Blut ist wieder rot, weil 20 Zombies auf mir eingeschlagen haben. Alter, wie soll ich dich rein und mit diesen ab? Summe zur 20 Kühe. Yo. Hau dich rein. Ah! Ich bin noch nicht drin, du, Depp. Der haut dich rein. Right back. Los, 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 los. Jetzt, jetzt. Wie voll ist denn der getankt? So, ich sag dir, wo lang. Ähm, ein wenig mehr, das ist ein Drittel. Gut, dann, äh, fahr mal, wo fährst du? Lang. Warte, ich mach mal, ich mach jetzt auf der Karte. Wo willst du volltanken? Cabanino oder Vibor? Cabanino ist näher. Cabanino. Gut, dann müssen wir hier hin. Okay, ich sag dir, wo lang. Ja, ich wisse nicht. Oh, das Fahrzeug ist ein bisschen laut. Warte mal. So. Ich geh weiter, Turbo. Es ist ohne Turbo. Ja, ähm, weiter links halten. So, stopp. Ich hätt, ich hätt ne Idee. Runter zur Küste, da ein Rotorplatz suchen und den Helikopter reparieren. Ja, kann man machen. Aber Richtung Kamenka irgendwie so dahinten. Also nicht Cerno. Oder Balota geht auch noch zur Not. Ja, Balota ist, ja. Jetzt hier links am Wald vorbei. Da links ist das Zelt, weiß noch, wo wir vorhin vorbeigegangen sind. Ja. Gut. Alles noch im Gedächtnis. Hä? Gedä... Was? Wer bist du? So, da ist der See. Da, äh, der Schreckensee, wo du geblutet hast. Und da rechts, die Hütte siehst du, da rechts dieses Shelter, oder was ist das? Da ist so eine kleine Überdachung rechts jetzt. Ja. Da drin gibt's, äh, ein Gastank. Äh, Gasolin. Weiß ich nicht, ob's da geht. An den Tankstellen weiß ich, dass es gehen sollte. Was? Einfach hinstellen, oder wie? Ja. Wo haben wir denn hier ne Tanke? Ähm, das bei Vipoar weiß ich's sicher. Da, da vorne. Füllst du dich da was auf, wenn du jetzt ausschaltest? Nicht dagegen fahren. Ne. Wir müssen zu ner Tanke. Warte. Wo ist denn da eine? Alter, das ist... Das Teil ist so wendig. Ich sag's dir. Wie ne Banane. Wie ne Banane. Wir werden aber keine, ähm... Nicht mal auf der Karte werden bei mir Tankstellen angezeigt, oder? Ne, Busholterstellen. Und ein Springbrunnen. Und ne Kirche, aber keine Tankstellen. Weißt du, wo eine ist? Ja. Okay. Von der Straße. Von der Straße. Leute, da war ne Banane. Bist du blöd? Bist du blind? Nein, das ist blöd. Willst du nen Reifen hier verlieren? Sind wir ja sehr weit gekommen. Sollen wir gucken, ob da was liegt? Ne, ne. So lang... Hallo, wenn man im Auto ist, spawnen keine Zombies, ne? Ja. Dann spawnen auch kein Loot. Ist doch einfach nur logisch. Nach wie vor. Warte. Nach wie vor. Ja, jetzt rechts. Mopsgeschwindigkeit. Du schaust dich aber schon schön um, oder? Oder konzentrierst du dich auf die Straße? Ich konzentrier mir nicht. Und mir waren 120. 120. Ja. Nee. So, hier jetzt einfach links. Links? Ja. Da rechts ist ja schon der Schornstein. Wir haben ja 5 M107 Schuss dabei, ne? Also 10 Schuss mal 50. Wir müssen es einmal durch. Das sind keine Zombies, wenn keine Spieler da sind. Wenn Zombies da sind, dann... Was machen wir dann? Oh mein Gott. Großstadt-Simulator. Mhm. Ähm... Rechts dran vorbei. Rechts zwischen der Tanke... Äh, zwischen der Bushaltestelle und... Dem Stein. Da passt durch. Tja. Das muss halt nur... Ohne Schramme, ja? Ja. Was ist das für eine Siegestatue hier? Links, siehst du? Ich hab keine Ahnung. Schickheil! Boah, ey. Voll die... Ne, es ist ja Russland. Es waren Genossen. Genossen. So, und wie tankt der sich jetzt voll? Das zeig. Mach mal einen Motor... Mach mal einen Motor aus. Wie wär's damit? Helikopter. Ich höre einen Helikopter. Was? Ich mach's auf die alte deutsche Art. Soll ich nicht heranfahren? Nein, ich komm schon hin. Nee, wie sich das anhört, ey. Ich glaub, ähm... Flugfeld geht's richtig ab? Klar. Kommt der zu uns? Hörst du dich sagen? Hast du ne Jerry können? Ne, hab ich nicht. Sag jetzt nicht, dass da hinter mir ein Zombie gespawnt ist. Nein, zwei bei... Weiß ich noch. Wenn du bekommst. Wie hören die das eigentlich? Wie... Wie voll ist er denn schon? Drei Viertel. Ein oder zwei noch, maximal. Und dann nehmen wir noch eine Volle mit für den New A-Side, oder? Ja. Leicht ist oder noch ein? Oh, oh. Das hat er gehört. Er ist kurz voll. Der Helikopter befindet sich jetzt erst. Da waren wir mal voll mit der Glein. Wo ist das Zombie? Das ist weg. Wie, noch einmal voll machen? Jetzt noch einmal? Ist... Ist er voll? Ist... Ja, es wird er voll sein. Ja, es wird er voll. Gut. Noch einmal voll machen und dann weg. Das ist ja gut. Ja, zur Zeit wird's halt noch schneller gehen. Das ist dumm ist, wenn wir jetzt Auto fahren, dann höre ich nicht, wo der Helikopter ist. So, ich bin dran. Weißt du, wohin? UAZ. UAZ? Weißt du nicht, wo er ist? So, ich weiß hier, aber... Was bringt der uns? Haben wir zwei Fahrzeuge. Wir hätten zwei Fahrzeuge, aber ein Heli wäre schon... Genial. Ja, also wir hätten höhere... Ganz kurz, wir hätten höhere Chancen. Mit zwei Fahrzeugen, wenigstens mit einem Fahrzeug am Schluss endlich, dass einer von uns mit einem Fahrzeug wieder zurück hochfährt zum Heli. Mit dem... Loot. Also sprich mit dem... Rotorblatt, ne? Oder mit diesem... Was... Wo die Rotorblätter drin befestigt sind, wie heißt denn das? Diese komische... Na... Weiß ich nicht. Der Rotorblatthalter. Ja, dann holen wir uns zuerst den... Schiri... Rotor. Also entweder fahren wir mit einem Auto, das kann einer mit einem Reifenschutz uns richtig gleich zum Stehen bringen. Dann sind wir mal am Arsch. Oh, ich glaube der Helikopter kommt näher. Wo ist denn der? Warte mal kurz. Ja, passt darauf. So, soll ich dir sagen, wo lang, oder? Ich würde sagen, erst mal umdrehen, oder? Umdrehen zurück nach Stary, oder? Ähm... Ich fliege nach Stary, nach Komarowo, Menka. Ganz links außen. Kamenka? Ganz links außen, nach unten. Okay. Also zu dem... Balota... Balota Industry, warte. Das hat viele... Bei Komarowo südlich. Meinst du das Industrie-Bi? Ja, das auch. Ich mattier... Ich... Ähm, mattier. Ich markier es mal. So. Weiß ich. Boah, ey, wieso hängt denn das jetzt so im Spiel? So, was hab ich... Ich hatte grad acht Frames. Du musst rechts fahren. Fahr zurück. Fahr zurück. Du sollst zurückfahren. Nein. Das ist ein Offroad-Schieb. Ja, den du kaputt machst. Der fährt über Bushäuschen. Der fährt über dich. Fahr einfach jetzt links platt. Oh, bis zwischendurch. Mach mal was Neues. Was der Cheap laut außen. Naja, das sechste Gang. Wo willst du jetzt hin? Wo lang? Ja, rechts. Fahr. Richtung Balota. Balota? Ja. Da musst du jetzt aber dann die nächste auch rechts. Dann geht südlich nach Rogovo. Das dauert erstmal, bis da wieder was kommt. Das ist die nächste rechts. Wir kommen genau bei Komarowo raus, wenn du es immer geradeaus fährst. Also jetzt dann rechts und dann immer geradeaus. Geradeaus. Immer auf der Hauptstraße bleiben. Geradeaus. Geradeaus. Wir kommen sogar dann durch Celeno-Ghost durch. Oder wir sollen mal es umfahren. Die Frames. Wenn Zombies drins hin umfahren. So, jetzt immer geradeaus. Immer auf der Hauptstraße bleiben. Alles klar. Also wir fahren jetzt Richtung Süden. 6000 Meter brauchen wir. 5900. Das geht richtig schnell hier. 5800. Immer der Straße folgen. Auch wenn die ein bisschen verzweigt ist. Ein bisschen. Ja, das geht schon ziemlich flott. Wie viel frisst du denn? Der Wagen. Ist schon irgendwie was weg? Ist fast nichts weg. Fast nichts. Ah, gut. Helikopter dauert halt ein bisschen. Das ist nicht gut süß, dann... Oh, die Vögel zwitschern. Wie süß. Ja, und ob wir den Apache noch richtig erfolgreich reparieren können, das erfahrt ihr leider erst. Oder ob wir erstmal die Haltung für die Rotorblätter richtig gut ohne Stress finden, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play... Oh, du musst dich da durchmanövrieren. Scheiße. Viel Spaß. Ja, let's play DayZ Plus Season 4 mit dem Klaas am Steuer. Die mich nicht so ganz trau. Ja, also bis dann. Tschau. Fick du dich. Fickt euch. Bis dann.